Hallo und herzlich Willkommen zu Let's Play Star Wars The Alte Republic mit eurem LP Gamer Steffen alias Darth Steffen. Und ja, wir beginnen das Let's Play diesmal gleich mit einer Flashpoint Mission, was auch eine meiner Quests war, die die letzten Folgen verfolgt hat. Wer es noch nicht verfolgt hat, ich habe eine Quests dabei, wo ich eine zufällige Flashpoint abschließen muss. Und ja, das war ich mir gerade. Und jetzt schauen wir mal, was das abgeht. Ja, ich bin schon da. Ja, und ich bin sich beteiligen. Auf wen warten wir? Okay. Na. Junge, wo bist denn du? Äh, hallo. Hierher. Hier bricht der Preis. Okay. Ich bricht mit. Sag dem Käpt'n, dass ich auf die Brücke zurückkehre, sobald ich diesen Bootengang erledigt habe. Ja, man. Schön, euch an Bord zu haben. Ich bin Lieutenant Silas, stellvertretende Kommandantin der Black Talon. Wir bringen euch nach Dromon Kars. Sehr gut. Hallo Lieutenant. So werde ich begrüßt. Sehr gut. Gibt es einen Grund, dass mich euer Käpt'n nicht persönlich begrüßt? Wir mögen zwar nur ein Transporter sein, aber trotzdem muss jemand auf der Brücke bleiben. Und das übernimmt der Käpt'n gerne selbst. Auf dem momentanen Kurs sollten wir das Ziel binnen eines Tages erreichen. Das dürfte kein Problem sein. Ach übrigens, euer Droide ist im Konferenzraum. Wir haben ihn mit den Verbesserungen von Geonosis aufgenommen. Als wir hier andockten, sprach er von euch. Droide? Das muss ein Rechstum sein. Wenn ihr das sagt. Wenn ihr das sagt. Wenn mein Droide wartet, dann sollte ich mal nachsehen, was er von mir will. Ihr könnt euch jederzeit an die Besatzung wenden, wenn ihr etwas benötigt. Ich bin auf der Brücke. Und ihr Soldat, wenn ihr fertig seid, ihr Ehrenwache zu spielen, geht auf euren Posten zurück. Das ist hier keine Luxusjacht. Ja, man. Mann. Haltes Regime hier. Sind wir hier lang? Zu unseren Druiden. Wer auch immer das ist. Ah, hier, okay. Bin schon da. Auf geht's. Jetzt fangen wir auf den. Äh, Anime bitte. Gut. Die Black Terrain. Identität bestätigt. Guten Tag. Ich bin die fortschrittliche Protokolleinheit MR02. Meine Aufgaben sind Diplomatie, Übersetzung, Totschlag und Verleumdung. Ich habe eine dringende Mitteilung von meinem Herrn für Sie. Halten Sie sich für die Zustellung bereit. Ich habe Fragen. Lasst hören. Warum sollte ich? Lass hören. Ich höre zu, bitte. Hier Einheit MR02 für Großmov Kilran. Sie haben jetzt Kontakt zur Black Talon. Ausgezeichnet. Und du hast mir genau die Leute gebracht, die ich besucht habe. Mein Name ist Rikus Kilran. Ich bin Kommandant der 5. Flotte. Direkt dem Kriegsminister unterstellt. Geht es? Wom geht es? Seid ihr es? Ihr seid so hässlich. Ihr seid so hässlich. Na. Ihr sprecht zum Schüler von Darth Barras. Erläutert mir diese Störung. Vor 6 Stunden hat die Republik ein paar illegale Übergriffe am Rande des imperialen Raums unternommen. Ein feindliches Kriegsschiff ist entkommen. Das Kriegsschiff, die Brentar Star, hat einen Passagier von hoher strategischer Bedeutung an Bord. Passagier und meine Aufgabe zu einem Pech. Zu einem Pech. Dann lässt sich nichts machen. Da ist Ihr falsch. Lasst es mich erklären. Der Passagier des Kriegsschiffs hat den Grundnamen der General. Wir kennen seine Identität nicht, aber die Republik glaubt. Er besitzt Militärgeheimnisse. Unsere Geheimnisse. Ich glaube den Berichten. Der General muss gefasst oder getötet werden. Käpt'n Orsig, der Kommandant eures Transporters, teilte meinen Enthusiasmus nicht. Er hat sich meinen Angriffsbefehlen widersetzt. Ihr dürft ihm gerne zeigen, was das Imperium von Feindlingen hält. Übernehmt dann sein Schiff. Sucht die Brentar Star und kümmert Euch um den General. Das werde ich tun. Ihr flankt viel. Ich habe andere Prioritäten. Das werde ich tun. Das ist keine einfache Aufgabe, wisst ihr? Es sind auch keine einfachen Zeiten. Unser Jahrtausender alter Krieg gegen die Republik brodelt weiter, während wir uns mit Gefechten und Grenzwertigkeiten aufhalten. Und trotzdem dürfen wir nicht unachsam werden. Verräter wie ihr Käpt'n und Bedrohungen wie der General müssen beseitigt werden. Ich werde zur Brücke vorgehen. Sobald wir Käpt'n Orsig beseitigt haben und die Übernahme erfolgreich war, können wir zur Brentar Star. Ausgezeichnet. Mann, die können labern, labern, labern hier. Das ist ja schlimm. Oh, das ist das. Okay. Was macht er da hinten? Hier spielt die Musik, Junge. Für den Duschen wieder da fehlt. Na, es ist wieder mit denen. Genial. Lass auf sie schwanen oder was. Wartet auf schönes Wetter. Was soll die Scheiß? Meine Güte. Sind verbunden. Ups. Ist etwa rausgeflogen. Scheiße. Ich habe glaube ich das Gefühl, er ist rausgeflogen. Scheiße. So, ich habe es mal geschrieben, dass wir es nicht wissen. Dass er rausgeflogen ist, weil der ist ja weg. Weil, da müssen wir wahrscheinlich den Flüchtfeld abbrechen. Weil es bringt nichts hier, es ist schon lange zu warten. Wenn du das kannst, dann mach das. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich weiß nicht, wie es geht. Äh. Okay, er ist raus. Gut. Und meine Folge ist jetzt auch schnell rum. Ich beende dich nicht und es geht gleich weiter. Bis gleich. Gleich. Ihr müsst sofort von hier verschwinden.